Ja, also ich glaube, wir spielen einfach so, dass Phil fett wird und wir damit die Objectives spielen können. Wobei er mich beim Mittagessen auch schon ziemlich satt gemacht hat. Dann brauchen wir ja auch nicht satt spielen, haben wir eh gewonnen. Nehmen wir hier einen Anrunden mit? Das ist ja immer so eine Frage. Wie ist denn das Matchup in 2Kindle für dich? Ja, ist gut. Also ich eh auf ihn rauf und dann töte ich ihn. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Ich möchte Early-Mirror'n und aufs Maul hauen. Das heißt, ich glaube in Dingen, wir gucken halt, dass Kocha und Phil connecten und dann zusammen über die Map laufen. Phil und ich sind so. Oh, ihr seht's ja gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Immer einen Pinkel. Ja, schon noch mehr. Noch enger, Phil. Ach so. So eng wie damals in Osna. Ah, oh, da im Bett meinst du? Ja, wo ich das Loch in die Wand gebohrt hab. Ah ja. Wo ich näher an dir bin. Ach so. So ein Loch, also. Mhm. Na gut. So, so. So, so. Geil, Mann. Ich freu mich so sehr auf das Game. Oh nein. Ja, du spielst Stranakten, jetzt weinen mal nicht rum. Ja. Jetzt stell dir einfach mal vor, wie mein Champ mit den anderen Champs interagiert. Ja, Double E, Karma, Empower W, Shield Break, Stride Break aktivieren, Queue, Autotech, Reset, Queue, Bam. Ich spielte doch einfach Toplane. Stimmt. Absolut, true. Lass mich mal Zendal spielen. Ja, okay. Lass trainen. Kann doch Kratos haben. Super. Da kommen jetzt ja neue Kratos-Skin raus. Scheißdreck. Aber wir können auch Xinsau Pike-Botlane spielen. Ich glaub, das wär auch sehr gut. Lass mich kurz drüber nachdenken. Gegen die würde ich einen Pike-Type-Draft auch sehen. Ich will diesen Jakob so fett stompen. Ja, aber das machen wir auch so. Jakob und Pius wären keine Freunde mehr, glaub ich. Nee. Jakob hat mir grad schon ne Dono gegeben. Zehn Euro. Ich bin mir grad noch nicht sicher, wenn ich spiele. Das Jakob wäre ja mega der Typ, nenne ich. Kann ja sein. Game ist ja ein Hurnson. Okay, guys. Fokus jetzt, ne? Wir haben noch zwei Scrims, müssen wir morgen spielen. True. Also das ist die Ernste. Fehlerweise sind die Games morgen ja Scrims für unser wichtiges Game am nächsten Sonntag. Ja, ja. Auf jeden Fall. Wollen wir nimm's. Oh. Alright. Kommt mal. Wie gesagt, Mitte sollten wir auch mal vorbeischauen. Ich hab guten Damage. Hier ist halt auch Immobil, wenn wir nicht drei Flashes geben. Mitte auch mal gucken, Immobil, ja. Ja, wir werden einfach jedes Mal Botlane Crash into Rome spielen. Wir sollten Level 1 Prior kriegen auf Wart. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den ersten Move auf Kutscher. Ja. Ja, ja. Lass einen Ward kriegen, wo sie startet. Raptor Ward hier ist valuable. Wie waren hier Botlane? Oh, hier war auch Botlane, oder? Ist das hier, ist das Game Müllpressen, Engel? Ja, immer. Ja. Ja. Was ist das? Daniel, kannst du da mal mitkommen, bitte? Wie, was ist das? Wow. Das ist noch vor meiner Zeit, glaub ich. Nein, 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 das hast du auch schon mitbekommen. Müllpresse, okay. Müllpresse ist, wenn Phil von oben Bot... Ach, scheißegal, Mann. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und ich von Botlane, Alter. Ah, okay. Bleib mit 6, ich kann dir auch... Wenn du in meiner Range fightest oder in Knock-Ups, kann ich folgen. Also... Mhm, 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 mhm. Ist das so bei Kaiser? Das ist so, ja. Ja, wenn jemand CC kann, die ulten tatsächlich. Wenn jemand low ist, kann ich den executen. Hm, aber nicht, wenn Kind und Ult hat. Wir machen es einfach so... Wir müssen im Teamfight einfach nur Kind und Ult rauskriegen, dann warte ich mit meiner Ult bis Kind und Ult rauskriegen, dann kriegt Kutscher alle executet. Nee, du machst Ult, damit die Kind und Ult ihn und dann nach der Kind und dann kill ich alle. Nee, das stimmt. Okay, das war Fetzen. Der Start hat Kahl hier. Also Level 1 sollten wir Hardcore gewinnen. Ja. Jo, what the fuck. Irgendwie pullen mittlerweile wieder mir alle Top-Vaner und so, du Qaniel, ne? Stark. Stark, dass du das mal mitbekommen hast. Okay, wir haben Prior Bot. Ich geh direkt vor. Super. Wie habt ihr gestartet? That's really good. Ja, das ist jetzt Slow Fusion hier. So, ich laufe drei wieder vor. Mach mal mit euch. Ich mach Red Buff into Enemy Bot. Okay, eh raus von Rakern. We've crashed jetzt Bots. Die Raptor Wand. Ja, wir müssen die nächsten noch fast pushen. Ja, so hat man die Game Freion, ne? Ja. Wir crashen jetzt Botwaffe und dann kein kurzer Raum hier. Ja. Ich baue noch Red Buff. Danach laufe ich in Enemy Jungle rein. Dann lass uns noch die drei Minutes holen, ne? Für drei. Ja, das ist schon die ganze Welt pushen, ne? Ja. Passt. Ich geh jetzt nach der Welt frei auf. Ja, ich guck hier. Hier ist alles gone. Hier ist alles gone. Kindred wahrscheinlich dann Top-Side. Hm, okay. Kannst du mir mitmachen? Resetten? Ja. Ich komm jetzt auch Mitte. Ich komm hier Mitte gelaufen, ich komm hier Mitte gelaufen. Nice. Nice. Geh für Top-Crap. Ich schau mal, ob ich die hier noch irgendwie peken kann. Du hast jetzt viel Freizeit hier. Rakern ist miss. Kann sein, dass der auch resettet ist und Mitte kommt aus Space. Ja, da wird nichts. Wenn da oben was bei dir ich komme, Rakern hier. Nichts. Geht hier was, Phil? Ja. Ich kenne nur das Level 4, ne? Ich bin in eurem Rücken. Ja. Sorry, no Flash. Fünf Sekunden Hook. Ja. Spielen wir? Ja, ne. Die haben einen Raum auf AD Carry. Ne, der ist Base. Der ist 100% Base. Schaut den Slow-Push jetzt zu denen. Können wir auf dem Slow-Push Drake machen? Können wir machen. Ich kann die nächste Rave crashen. Die jetzt in 20 Sekunden aus Base kommt. Ja. Ich mach Crux, dann bin ich Level 4. Dann spielen wir, spielen wir Drake danach. Der ist wieder da. Das ist ein D-Wave hierher. Mhm. Kutsche, du kannst die gleich raufähnen. Der spielt mega safe. Ich bin 30 Sweeper. Ja. Crashen die Rave und dann können wir Drake machen. Also die ist HUGE die Rave. Also die können das nicht contesten. Naja, bin dead. Freibad. Muss ich warten. Ist okay, passiert. Die können keinen Drake machen. Ja, lass mal. Ja. Ein Minim brauche ich für 4. Kannst du mal hier trappen, oder? Ich hätte auch Lost Chapter in Base, ansonsten. Ich glaube, solltest ich recorlen, oder? Ja, ich recorlen. Nämlich auch Reset. Ja, wir können, du kannst auf Space, wir können in enemy Top-Set dann laufen. Ja. Ich bin sehr fein bot. Kann man muss Reset. Hat die Flasht, kann man? Mh, ne. Die wird die Pin, ich werde dann die Percentage haben. In enemy Top-Set rein. Ich bin jetzt ex. Longlander. Da habe ich immer noch keinen Flash, wenn die hier... Zwischen ist, kann ich auch die draufflashen. Ja. Ich schau mal hier. Ja, ich komme auch, bitte. Oh mein Gott, stark. Oh. Gott crasht jetzt. Die wollen Drake machen hier auf dem Slow-Push. Ja, können die nicht. Können die nicht. Wir spielen das. Gucken wir, wie wir die ganze Wave hier noch nehmen. Ja. Oh, wieder mal Slow. Wir haben hier schon mal 3 gegen 3. Oh, die ganze. Ja. Bin dran? Ne, ne. Ne, ne, ne. Die chillen hier irgendwo. Eigentlich muss der Run-Call. Wir sollten auf die Turm landen. Kindred reset it. Kindred reset it. Einfach Drake. Einfach Drake. Ja, ich hardpusht die Wave. Ich bin auch schon fast 6. Wir haben noch Flash und die Zoe noch mal abgesteppt irgendwie. Und wir die noch mal killen. Take ja den Flash auf, wenn es schlecht läuft. Ich bin 6 jetzt. Denkt dran, callt mir, wenn ihr irgendwo holt wollt. Ja, können wir hier direkt Top-Side? Ah, Krabbe ist gone, Krabbe ist gone. Ich werde resetten und Top-Side gehen. Wir haben eine Minute Herald, den wollen wir spielen jetzt. Rakan war auch Top-Side. Äh, Noi Glide, sorry. Ja, das hat sie auch wieder damit. Oh, da kann man hier. Na, dahinter ist Kindred. Ja, Kindred ist auch Top-Side. Okay, ich muss resetten. Könnten hier unten live gehen. Ja, die sind gerade alle Top-Side. Kann Top-Side nicht contesten. Da kann auch hier. Ah, doch, du kannst jetzt rein eigentlich. Kim mit Rakan, kann auch Bebuff sein. Weil der Mitte liegt klar, weil ich hab... Ne, nicht gut, dass wir da gehen. Ich hab Top-Line in deinem Rücken. Top ist kein Flash. Ja, ja, ist gut. Rakan ging nicht vorn. Die können alle Top kaufen. Ja, ja, aber das geben wir jetzt. Ne, ne, auch Zoe ist da. Also Zoe auch. Bin im Long Run da. Auf jeden Fall ist der Mitte gerade. Ja. Ja, lass den Herity aber spielen, ne. Ich will den Herity spielen. Ja, ja, ja. Ich hab Ult, ich hab Ult. Die haben aber Vision auf mich. Also... Ja, wir starten den einfach und werden den Fight nehmen dann. Oh. Komm zu dir. Kindred, look Kindred. Komm ich, komm ich, komm ich. Ich will feiern. Krieg Knock-Up. Alles? Okay, nice. Ich mach Harald. Okay, das Harald. Der wird resetten. Ich muss einen langen Weg gehen. Los. Die flashe da ab. Soy. Nein. Ihr könnt mit aus Space meine Botsenden werden gehen. Wahrscheinlich. Ja, Soy, kommt auch. Die gehen für dich, oder? Hä? Oh mein Gott, was ist los? Vielleicht kann ich die killen, vielleicht kann ich die killen. Atheers, no ghost, no ult. Das habe ich nicht gesehen. Kynrid läuft hier gleich rein wahrscheinlich. Kein assist mehr für mich, Sedge, aber kannst du die Wrave free? Ja, ich receive. 1,40 auf Ult, sehr nice. Was haben die gerade an Sums noch geused? Nichts, ne? Nichts für mich. Die müssen jetzt Botland die Wrave unfreezen hier erstmal, aus Base. Ich kriege jetzt prior und mittel. Er kann hier aus Base mittel-moven, aber wenn er nicht Bot-move trollt er eigentlich. So, ihr könnt hier invaden kommen mit Kynrid. 1,30 Ult, lass immer auf meinem Ultimerspielen. Ja, lass die Botzeit spielen, ne? Ich komm nach Crackspot, Ult A. Ja, wir brauchen noch Kutcher-Six, ich habe 1 Minute Ult. Kera kann miss immer noch. Mit der 2-2 gewinnen wir hier auch, save. Ja, ja. Kindred kommt top, oder? Ja, bin noch fahrbar, ich geh rauf, ich geh rauf. Nice. Wir haben Harald, ne? Wir können hier einfach für Harald gehen. Ich kann den hier noch nehmen. Zoe kann runter-moven. Pass auf. Ja, ich lasse komplett. Okay, okay. Okay, Zoe ist da. Okay, Zoe ist da. Ich habe jetzt Six, glaube ich, nach den Lunions. Haben wir, können wir hier top? Kattel? Äh, top? Mag noch keinen? Ne, ich bin ein Apfel. Wir können, ja, ich kann aber Rounds gehen. Ich geh mal hin. Pass auf, pass auf. Zoe will in der Spotlight-Move. Nice. Hast du mir noch Harald, oder? Dann ist es zu leid. Ja, ja. Oh, hier ist er. Auf wer ist gleich wieder da? Zoe könnte hier auch sein. Ich habe 15 Ult. Okay. Ich gehe gleich mal rüber, wenn er... Ja. Nice, sie hat die Mark nicht bekommen. Die Base hier, ich habe Leandries, ich bin super huge. Alter, das ist geil. Ich bin ja so ein Smurf, ne? Oh mein Gott. Also das ist ja... Der Jakub-S. Jakub-S. WP, WP. Du sollst hier unbedingt ein Jakub-S. 30 Strikers, 30 Strikers. Lass hier alle aus Base Mitte öffnen. Und dann lieber Mitte in 2 Drake spielen. Ich habe Ult ab. Ich habe TP in 40. Kam hat vor mir TP. Also ich könnte... Ja, wir haben Pike-Ult in 30. Wir sollten delayen auf TP und auf Pike-Ult. Nicht direkt Drake machen. Lass einfach gucken, ob wir hier auf Mitte in Catch spielen können. Ansonsten D-Wave noch reinpushen und dann können wir Drake spielen. Ja, wir haben beide Statics, ne? Oh no. Stopp. Einfach Wave, Wave, Wave. Ja, ich geh'n da her. Hat die noch Ulti gekindert? Ja, also. Kein Flash auf ihr. Aber Karma ist ja low, die kann nicht kommen. Ihr könnt auch gleich direkt Drake machen. Ich habe auch immer noch Ults. Bot-Land-Wave muss jetzt geansert werden. Ja, ich muss jetzt Bot-Land-Wave-ansern gehen. Ja. Ja. Ja, wir haben hier komplett rausge... Nach 200 Damage habe ich Ults. Auf Zoe. Affair ist kein River. Movin' care. Kinrin kann auch immer über seinen Top-Side. Oh, die hat abgebrochen. Wenn du Ultis, kann ich sie executen, oder? Kann ich machen. Ja, mach ich. Es reicht nicht ganz. Och Mann, ist das bitter. Nein, wir können wärmen trotzdem. Ja. Dann kann der Rakan Schild mehr. Bei einer Shutdown. Aber Rakan Kill mein. Affair ist... Okay, Affair ist Mitte. Ja, ich guck hier. Push noch die Wave. Ich weiß nicht. Ich glaube in Jungle Lane ist so ein Team-Match danach. Wave und Base, würde ich sagen. Nice. Die TP rein. Kehr. TP rechts. Okay. Okay. Ich hab keinen Geist. Ich probier dich zu deffen. Ja, ja. Wenn ich reinjump, geh ich drauf. Nice, good job. Ich kann über Space Mitte direkt. Das ist toll, das ist toll. Die haben noch Kinrin Ultimator. Kinrin hat nur holen. Bin recht da, bin recht da. Ist drauf, ist drauf. Ist drauf. Kameran haben, ja. Zoe ist top, nein Zoe ist top. Aber my bad, die ist zu tanky. Ah, die Kamer ist ja tanky. My bad. Willst du das hier weiter für Mitte-Tower-Plating spielen? Ja, ja. Ich schau hier gerade nur nach Watts. 15 Sekunden hab ich Ult. Okay, Base. Wir haben Herald in einer Minute, das spielen wir. Ich hab auch Ult in einer Minute wieder. Ist gut gesungt. Schöner in einem Club. Schöner in einem Club. Schöner in einem Club. Okay, Ult in 45. Ich hab Ult up. Mhm. Die müssen eigentlich Crossman Play auf dich machen, Bad Pierce. Ja. Also, die können niemals straight contesten. Herald up. So, ja. Ich glaub, im Zweifel droppt den Tower und wir gehen für zwei Tower top sogar. Kameran? Kameran hinter mir? Ja, lass spielen aber. Ja, ja. Soll ich noch Flash haben. Keine Ult. Keine Ult. Keine Ult. Keine Ult. Schön. Ich bin auch gleich gleich hinter Haken, Haken Us. Haken Us, no Flash. Haken Us, no Flash. Haken Us, no Flash. Haken Us, no Flash. Tuck Haken Us. Scheiße. Aua. Ist trotzdem fein. Ich hab zwei Pike Passive Dinger gekriegt. Ich hab Ult, wenn ich lebe. Ist das wohl dein? Ja, ja. Ich glaub auch. Ja, ist doch wohl. Mega Worth. Ja, die können dich botten, die ich ahn sein. Du kannst ja auch nehmen. Ich hab Ult in 8. Der hat keinen Flash. Ich geh aus Drakes direkt, top. Ich geh aus Drakes direkt, top. Ja, der kann an diesen beiden checken. Oh mein Gott, der macht ja einfach Damage. Stark, nice. Äh, die hat auch wieder Ult, die Kindred. Braucht ihr mich für Drakes, sonst kann ich theoretisch direkt... Ah ne, ich brauch Botlane nicht. Für Harald, ne. Ja, mein ich ja. Ja. Picard zum Strahl. Ja, dann geh schon mal Botlane anzahlen, oder? Ja. Oh, Kindred top. Kindred hat gleich wieder Ult ab. Ja, ich bin auf Harald hier. Wir können danach Kindred in Topside töten, Butcher. Jo. Bleib mal hier drin. Ja, die hat keine Camps ab, ne. Ich brauch noch ein bisschen. Kommt jetzt hier lang wahrscheinlich. Ne, ne, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja. So, ihr könnt jetzt aus Base auch kommen, ihr seid in Unterzeit nach dem Ult. Ja, wir sind auf Harald dann raus. Ja, die haben jetzt Tempo auf euch. Eine Minute auf Ult. Und... 1,30 Drake, den spielen wir wieder. Ja, mich hat TP. Die ist Eisbrunnen Gauntlet gegangen, gegen zwei Arten. Ja, das ist so. Keine Mitte da gerade. Ich hab komplett einen Botside noch, den ich nehm. Kindred topside. Einfach raus. Ja. Ult sind 30. Wollen wir einen Player auf die Zoe machen, wenn die die nächste Wave noch annimmt? Ja, wenn die die annimmt. Oh ja, ja, ja. Mit Kutscha kannst du kommen, hier lang? Ja, ja, wir kommen. Ja, Pius brauchen wir, glaub ich. Ja, Pius. Können wir jetzt immer noch zur Zeit? Die will für die Mark gehen. Hat die Flash? Hat sie, maybe ja. Wahrscheinlich, ja. Schön. Ich guck jetzt mal für die Mark. Ich hab Harald in 8. Okay, die können zu viert oben sein. Ah, okay. Hult in 5. Okay. Ja, einer da. Dann stepp ich mal rein. Wir haben no Vision. Okay, Kindred noch. Hat die Mark gekommen? Wird noch für den Blue-Bub gehen? Die könnten halt auch hier spielen. Ja. Ich bin topside. Ich glaub wir sollen nicht hier in topside rein spielen. Lass einfach Drake machen. Ich glaub wär schon krass, wenn ich das Cover gecovert hätte. Mit dem Turret. Mit dem Turret. Ja, kannst du. Ich glaub ich kann das spielen. Ich hab die alle gefehlt. Fucking Phil, Mann. Nee, nee, nee. Ist einfach safe von den. Ist einfach safe von den. Ja, aber. Ich mach hier eh nichts gerade. Gehe Base, mach Shadowflame. Ja, aber ich glaub auch, dass Covern da gut ist. Ja. Vor allem, wenn ich da ohne Vision einfach hochmove durch meine W. Ja, Play ist vorbei. Ich geh top aus Base hier. Same. Na. So, wir haben Bot-Indip jetzt ordentlich hier Top-Pressern und für Barren spielen. Die sind sehr sehr stark. Top noch aufpassen. Du kannst getötet werden, ne? Ja, verstehe. Ihr habt Indem genommen. Nee, der Harald hat. Die haben das halt einfach ignoriert. Das glaub ich nicht. Hinter dir. Ich chase dich. Ich chase dich. Ich geh weiter, ich geh weiter. Ich bin auf Karma. Ich geh weiter, ich geh weiter. Ich bin auf Karma. Der Flash kündelt noch. TP kommt raus. Chill, 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 chill. Einfach chill. Scheiße. Hier, Mann, top. Ich hab auch noch TP, wenn die zu lieb gehen. Na unterwegs. Ja, ich komm jetzt. Ich glaub das ist gut. Reiss ist gut. Reiss ist gut. Geert Campflash. Geert Campflash. Geert Campflash. Ja, ja. Einmal chill. Okay, spielt langsam mit Reiss. 10 auf Ulz. 10 auf Ulz. Also 10 sind die alle zu. Wenn ich Ulta sind die alle dead. Ok. Ja, dann lass ich das jetzt los spielen. Sehr slow, sehr slow. 5 auf Ulz. 4. 3. Oh, krass. Ja, das war nicht ganz so slow. Ok, ganz schnell. Oh nein. Oh Gott. Ja, okay, wir haben uns zwei bekommen. Wenn wir es slow sagen, müssen wir aber auch slow machen. Echt? Ich glaub das war nicht so slow. Ich glaub das war nicht so slow. Das ist so sehr wild. Egal, passiert. Okay. Nächste Objekte sollten Nash sein. Ja, ich glaub auch. Ja. Auch noch. 100 Gold. Wir sollten jetzt das Base hier Topside einnehmen. Wir schon... Ich hab Ulta 1. Genau, wir sollten hier... Also wir dürfen halt nicht face checken mit deren Champs, ne? Die haben 5 Ranged im Prinzip. Die sind auch grad komplett blind, ne? Wenn wir da jetzt reinkommen... Ja. Wenn wir Vision haben, kann ich doch easy gucken. Ja. Mitte Wave und dann rein. Naja, ich werd die Mitte Wave eben deleten. Ja, Phil zeig ich mal nicht. Naja, nice. Wir können hier rein. Karma ist hier oben, Karma ist hier oben. Keine mal was die für Sums gerade gesammelt. Einfach Karma. Wir gehen Karma, wir gehen Karma. Wir gehen Karma. Wir gehen Karma. Ich bin noch nicht bei euch, ja? Ich hab kein Damage. Was? Next, 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 next. Ja. Okay, Nash. Komm Nash, komm Nash. Also wir könnten das auch auf Turn spielen hier einfach, ne? Ja, ihr könnt doch anfangen. Ich bleib hinter dir. Ja, wir müssen da warten. Die brauchen 25... Die müssen auch Borderline answer, ne? Also theoretisch. Ja. Ich komm hier nicht durch. Die haben auch keine Vision, also... Ja, ihr könnt das... Guck mal hier. Wir müssen Pios noch helfen, ne? Okay, wir ziehen Nash durch hier. 10 auf Hult. Ja, ja, ja. Also wir können nicht jeden Kopf dann Stunny sehen. Ne, ne, die kann da nicht. Ich bleib hier und dann passt das. Hier geht weg, hier geht weg. Das direkt mit dir spielen, die müssen Bot answern, oder? Ich muss auch einmal kurz reseten. Ja, dann sollten wir reseten hier. Take Resets, wenn ihr welche braucht. Okay. Ja, ich brauch nix, ne? Oh. Okay, ich geh auf Base top. Ja, wir spielen Drake in 1,30. Aber wir pressuren jetzt schon weiter, ne? Wir lassen... Die nicht atmen. Aber wir sollten jetzt nicht top groupen, weil dann sind wir zu weit entfernt von Drake. Ich geh jetzt einfach top kurz, dann komm ich zu euch. Ja. Mhm. Freie Mitte. Ich hab Ult jetzt wieder ab. Ich bin da. Die wollen die mit dem Play machen. Ja, ich komm mal. What the fuck is das? Du schau mal top weiter. Ja, mach du top weiter, ja. Ja, mach du top weiter, ja. Das ist einfach Exit Drake-Spiel, oder? Ja, ja. Wir können mit der Bot-Lambler spielen. Ja, die müssen hier eigentlich trotzdem für nen Fight suchen. Ja, aber die haben keinen Engage oder so. Ja. Oh mein Gott, der Krieger ist so broken. Ja. Ich geh rein. 3 Sekunden hab ich DP. Okay, wie sieht's aus? Ja, ist winning. Ich geh nur Ult. Okay, was ist mit Drake? Die Gen für Drake. Du kannst abhalten, die Slow keine Ult. Ne, du sollst push an. Ja, push an. Ja, push an. Ja, push an. Er wird ja einmal gekidet. Ja. Ne, ich könnt die schon killen, aber mit Karmat bin ich nicht. Ich glaub den Schuld. Ich geh mal auf. 10 Sekunden auf, Zoe. Ja. Ich warte. Wie das aussieht. Einem Schuld. Wir haben denen jetzt auf jeden Fall viel Gold gegeben. Darauf müssen wir aufpassen. Ja. Guck, dass wir nicht pauken lassen, ne? Nicht zu schnell fighten. Ja, ist schon. Ne, ich glaub wir müssen einfach gar nicht fighten. Die müssen, die können keine Rave pushen. Ich habe 600 des Rabaddons. Ja. Und wir können hier auf Krux gucken. Ja. 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 Karmat hat noch TP, ne? Die müssen bot erst mal anzahlen. Das ist schön. Ja. Wenn wir bis meinen Rabaddons warten, sind wir auch nicht unglücklich. 300 Rabar. Ja. 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 Ich bin schon mal wieder Ult. Karma moved jetzt rein. Ja. Ich geh Toplane answer und dann geh ich base. Ich habe Rabaddons. Ok. Dann machen wir jetzt auf den Waves kein Play Auch bald Rabadons Bin noch nicht mehr so viel vor Level 16 Ich glaube einfach unter deren Tower machen wir keinen Progress oder? Da ist die Gefahr, dass du irgendwie eine Bubble-Hitte du wirst zu groß Ja wir machen wirklich wenig Progress Lass jetzt noch mal alle Resetten, Topside Vision stellen und dann die Vision halten und Nash machen Ja weil dann, irgendwann hab ich Rabadons Ja lass ich dir hier die Mid-Waves Ja ich schieße auch ein Problem Ja Nash in 1,40 ist auf jeden Fall das Play, den brauchen wir auch, der ist sehr sehr wichtig Verkauft einfach deinen Dagger oder nicht? Ja mach ich gleich, mach ich gleich Ich brauch noch eine Wave Die sind jetzt hier gerade drin Kerl Und wir kommen auch Wenn wir hier fighten ist gut für uns Kann auch die ganze Vision wieder nehmen jetzt Oh mein Gott Kehren wird gebased Ich ja? Ja cool Gleich da Dann sollten wir jetzt hier mit Depressuren Ich geh base und TP Ich tippe Ich tippe Ich tippe Base und TP Top Wir machen hier mit Depressuren Ich glaub ich muss mit Depressuren oder was? Oh Digger Flash doch über die Woii Woii Boah Das Ballert Naja schon 30 Die haben wir gar keine Vision Also komplett blind Müsste leider 16 sein wenn ich Bruder schicke Gleich einfach Naja ich wollte das hier chillen Hier müsste Rakan eigentlich gleich mal kommen Und sobald Nash ab ist können wir den einfach machen Und sobald Nash ab ist können wir den einfach machen Aber hier hast du keine Holz? Bin hier noch weiter Von Nash einfach oder? Von Nash einfach vielleicht Ja ich bin so Aber ja Wir haben sonst auch Flash Dann hier auf Everness 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 Dann instant reset und Drake Aus Base Wir gucken noch Wollte nach Zieht durch einfach ne? Zieht durch hier No fighting No fighting Ok Reset 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 Wollen wir nicht einmal finishen? Das ist safe end Oder nicht? Das ist safe end Oder? Ja Ich dp hier schonmal Ich werde nicht mal resetten sollen Na ich glaube auch nicht Mh Garen 20 Ja ich glaube ich bin Exit Ja guck mal buff mal die Wavekutscher I'm on my way No Au Wir spielen jetzt einfach nur Waves Die kriegen die nicht gecleared Die kriegen die schon gecleared Ja aber wenn wir gleich da sind Nicht mehr Wir kriegen nur den 5 Rakan hat nur Ult Ja Nee der hat keinen ult Ja Ja Achso Boah Junge dieser Schaden Bot end up Bot end up Ja wir haben ja auch den Poke ne? Ja das killt die Leute einfach Ja deswegen Was? Das ist disgusting man Was? Ok Hier wollte ich bisschen hinten Ich flasche rein Ok Ich flasche rein Einmal ohne Vorwarnung Einmal drin Ich habe euch vorgemacht